Der Weg nach Basel Der Weg nach Basel Der Weg nach Basel In der Bibliothek der HfG Schwäbisch Gmünd, an der ich studiert habe, gab es ein Ideasonderheft, Typography Today. Das war das wichtigste Typographiebuch, was es für mich gab. Es war aber vergriffen und so musste ich mir den Band kopieren. Was ich an der Gestaltung von Helmut Schmidt schätze, sind sein Minimalismus und wie er an Nome den auf das wesentliche Reduzer und Mittel Musik für die Augen komponiert. Es ist erstaunlich. Was ich an der Gestaltung von Helmut Schmidt? Todayって見てみると80年だと どういうことなのかなと いまだにこれはかっこいいっていうのはどういうことなんだろうっていうところが そもそもモダンタイポグラフィーってなんだろうみたいな みたいなところから ヘルムとの仕事とか これに書かれていることとかの関心に移っていったっていうのが 最初の出会いだと思いますけどね。 信仰の下も 記念など Helmut Schmidt Helmut Schmidt war für viele Kollegen ein bekanter unbekannter Mit unserem Hoch Schulprojekt wollten wir das ändern Was ist die erste Karte? Schmitt-Germann-Versen Was ist Helmut Schmid und Basel? Helmut Schmid und Basel ist eine historische Episode in der Typografie des 20th Century. Ich vermute, dass Helmut über Basel wusste, als er ein Apprentiss in der Typografie in Deutschland war. Und ich bin mir empfunden, dass er seine Dedikation nach Basel zu gehen, um mit Emil Ruder zu studieren, in der inocenten Jahre von 18, 19 Jahren. Er musste vorher über den Typografischen Monatsblätter kennenlernen, durch den Typografischen Monatsblättern, der typografische Magazine in der Schweiz, in Deutschland, wo Emil Ruder wurde von den sehr frühen 50ern bis zu seiner Zeit, in 1970. Wir können sagen, dass der Typografische Monatsblätter war Ruder's trumpet, wo er seine Ideen, Gedanken und Philosophie über Typografie und insbesondere zwischen 1957 und 1960 oder 1959, Ruder publisierte vier essenzielle Essay, die sogenannten Fundamenten in Typografischen Monatsblätter in der Typografischen Monatsblätter, in 2013. Emil Ruder's Fundamentals, die sind die Pläne, die Länge, die Worte und die Rhythm. Und wir glauben, dass Helmut diese Artikel hat und diese sehr starken Idee, um zu studieren und zu lernen, von Emil Ruder zu studieren. Emil Ruder, der sich Schle� bleeding von ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF, nämlich zum Beispiel der Stuff-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF. Diese Erzie zu ohnehin, ich denke, das war im Zusammenhang mit Länge auf den sins90. Das ist ein bisschen wie ein bisschen was, da gibt es einen Interviews. Er hat sich über die Übersel von Hohse Kohlmann-Heinhabern gewonnen. Er hat sich an der Übersel der Kohlmann-Heinhabern im Hinblick auf, dem Text auf der Überschrift auf der Überschrift auf der Überschrift. Das ist unglaublich. Ich finde es, dass die Überschrift des Überschrift aus der Überschrift im Hinblick auf der Überschrift ist. Die Typografische Monatsblätter wurde der Leading-Medium in der Swiss-Typographie und insbesondere die Basel-School durch Emil Ruder's Voice. Es gab auch andere Bewegungen in den 50er-Modern, die von Zürich-basierten Magazin Neue Grafik, mit Müller-Brockmann als Initiator und der Driving Force. Und, um die Distinction zwischen Zürich und Basel zu sehen, war Zürich ein sehr rigides Modernismus, sehr grid-basiert und sehr radikal, in der Art der Kommunikation durch ein konstruktiver Design. In Basel war es durch Ruder und Armin Hoffmann, der Typografische Monatsblätter, ein mehr Spiel und mehr experimentierter für typografische und Design. Der Typografische Monatsblätter wurde auch ein Medium für Helmut Schmid und auch seine Kollegen von der gleichen Zeit, die vielleicht die größten Wölfgang Weingart waren, aber auch Hans-Rudolf Lutz oder Fritz Gottschalk, und andere zu bezeichnen. Und, wenn Helmut entschieden, zu gehen und zu bleiben in Japan, das erste Mal, in 1966, hat er eine sehr schärfe Augen und eine dedikation zu den formalen Traditionen in Japan, wo es gibt, wo es gibt, auch mit sehr unterschiedlichen Hintergrund, zwischen den japanischen Ästhetik, wie die Sen-Driven, die Simplicity, und den Sinn für Spatial Design, und den Sinn für Emptiness, und die Composition, um die Europäische Modernistische Bewegung, das auch ein sehr striktes und mit einer Composition-Basen-Diesign-Style. Helmut dann ein Köln zu den Typografischen Monatsblätter starten in 1968, ich glaube, das war in Japan-Japanes, wo er die japanische Formal Tradition in den europäischen Ästhetik, um die Europäische Publikationen, in 1967, bis 1970, during his stay in Japan, which he then dedicated to Emil Ruder. In 1966, 1967, in 1967, T.M.C. の編集長 ルドルフ・オシテトラ から 大阪にいる 清水店の手紙が届いて そこには 日本の伝統や文化 あるいは 形、 フォルムについての記事を 書けませんか ということが 書いてありました そうした誘いを受けて シミットは ジャパン・ジャパニーズ という 連載を 担当することになりました その後 1971年に これは 手紙が残っていたんですけれど そこには そのT.M.では 1972年の秋までに 日本のタイポグラフィについての 特殊を企画していると ついては 準備と デザインを あなたに一任したい という そういうことが書かれた手紙を 受け取って それで 表紙に 新しいタイポグラフィは 新しいタイプフェイスとともに 始まるのである という そういう 1973年の T.M.C.が生まれたと という という ように 内容 あるいはデザイン の 両面で わりと 信頼して かなり自由にやらせてくれた という点で シミットにとっても 非常に重要な 発信の場であったと 言えると思います シミットも ワインガルトにしろ あるいは他の人でも 編集長の ホシテッドラーのことは 非常に 評価が高いというか とても 幅が広いというか オープンマインドということは みんな 言っていると 彼に変わる人はいないんだよ みたいな シシのことは 言っています として として しばかり 経験 と モナマブラテ を in den 1980s, die jüngere Generation der Basel-Designern, Wolfgang Weingart und Hans-Rudolf Lutz, wurden die Chance zu designieren, über ein Jahrzehntzen, und eine Beziehung zu typografen, die sich näher an den Graphen des Designs befinden, während Helmut ein sehr starker und fokussender Typografen in der Tradition von Emi Ruder. Und in 1986, da gab es ein Problem, und mehr oder weniger über Helmut, wo Wolfgang Weingart und Helmut hatten eine Anzahl von Letterns, und die Influenz und vielleicht auch die Überruhung der Ruder Tradition. Wir haben die neue Technologie, die Computer, wo Wolfgang war ein von den Pionieren, in adaptieren die neue Techniken, wie Fotos, Foto-Type-Setting und so weiter, in seiner Arbeit in einer mehr experimentalen Weise. Wolfgang war dann der successor von Emi Ruder in der Basel School, Teaching-Typographie. Es war gegen Ende meines Graphic Design Studiums an der Hochschule für Künste Bremen. Es war die Zeit der fliegenden Quadrate, Dreiecker und Keile, der Linien und Balken in der Typografie. Das Fliegende kam aus Amerika und nannte sich New Wave. In den typografischen Monatsklettern, Heft 5 1986, erschien ein Briefwechsel zwischen Wolfgang Weingart und Helmut Schmid. Darin ging es im Kern um Emi Ruder, am Rande aber auch um den New Wave, der von April Kremen, Zitat, für Leute mit gesundem Geschmack angepriesen wurde. Helmut Schmid schrieb ein Weingart, Zitat, Danke, ich habe gegessen. Dieser Briefwechsel war für mich, der gerade nach Orientierung suchte, ein erhellender Spaß auf höchstem intellektuellem Niveau und eine treffende Darstellung der Wirkungsgeschichte Emil Ruders. Der Briefwechsel zwischen den beiden Ruderschülern ist noch heute, 35 Jahre nach Erscheinen, ein Leckerbissen. Ich lernte Helmut Schmid 1986 also nicht als Gestalter kennen, ich lernte ihn als klugen, humorigen, kenntnisreichen und scharfzügigen Schreiber kennen und schätzen. Seine Artikel in den typografischen Monatsblättern wurden mir zum Grundnahrungsmittel auf meinem gestalterischen Weg. Ob die Gestaltung von Helmut Schmid von Japan und dem japanischen Design beinflusst war? Ich denke ja. Aus meiner Sicht gab es auch gegenseitige Einflüsse. Helmut Schmidts Gestaltung und sein gesamtes Werk sind zu einem Teil der japanischen Kultur geworden. Seine Tätigkeit in Japan, seine Publikationen und Vorträge im Westen und in Japan behandelten Themen, die für den Austausch der Kulturen wichtig waren. Das sieht man ganz deutlich bei seinen Publikationen. Zu erwähnen sind die Bücher Typography Today, Der Weg nach Basel, Roda Typography, Roda Philosophy. Diese Bücher, obwohl in Japan publiziert, präsentieren schweizer und europäische Gestaltung. Zum anderen Teil erklärt Helmut Schmid japanische Kultur und Gestaltung dem westlichen Fachpublikum. Dazu zählen seine Publikationen wie Japan Japanisch oder auch die Sonderausgaben der Zeitschrift typografische Monatsblätter. Er war ein Vermittler zwischen den Kulturen. Bestimmt gab es auch formale Einflüsse auf seine Typographie. Seine Klarheit, seine Leichtigkeit und Gescheidenheit in der Gestaltung sind nicht westlicher Natur. Das hat er vermutlich von Emil Ruder gehört. Notripa seine Ideen fiel weiter und landete schließlich in Japan. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. さんは髪の白について探求し続けたデザイナーだと思います。 髪というのは、その白さと張り、そして汚れやすく壊れやすいという性質において、人間のやる気あるいは想像意欲をこぶし続けた媒質だと思うんですね。 それは例えば、満員の観客がひしめいていて、シーンと静まり返った音楽ホールのようなものだと思うんですね。 そこに一人のバイオリニストが現れて、最初の音を発する。 すごく素晴らしい演奏が奏でられれば、それは人々の心に永久に残るけれども、失敗すればその逆ですよね。 そういう緊張感が紙というものにはあるんですね。 ですから、真っ白い紙にインクを置くとか、真っ白い紙に文字をするというのは、常にそういう緊張感とともにあるわけです。 シミットさんの仕事というのは、そういう事を教えてくれる仕事だと思うんですね。 シミットさんは、ユーチまたは、自分のマ人にも教えてくれる仕事を起こしています。 シミットさんは、ユーチが自分の演出のかと、問題である人々を取り組んでくれる仕事をすることは、 シミットさんは、本当に、それを作る仕事をすることをしていたんですよね。 シミットさんは、初めて、模様の修律で、その上でに修律をしてくれる仕事をいたします。 Helmut hat die schweizerische Typografie, so wie Emil Ruder sie erfand, nach Japan gebracht. Seine Katakana Eru und sein kongenialer Umgang mit den japanischen und lateinischen Schriftzeichen führte das japanische Grafikdesign in eine neue, weltoffene Ära und gleichsam steht es aber auch für seine Erkenntnismarke im Design. Die City der 1950Benze sind wir gerade in der Julgeijer Umbruch von Mac. Das sind wir die Schriftzeichen schienen, die wir noch im Raum haben und bis heute im Engineering. Der Bereich der Schriftzeichen, die sich LED-7er und die Schriftzeichen in den März schicht, die da sind die Schriftzeichen, die die Schriftzeichen hat. Das ist die Schriftzeichen der Schriftzeichen, die die Erkenntnis hat. den Recherchen nicht mehr durchzuführen. Das ist aber so, als ganz einfach wie eine derecho hier zu entwickeln. Ohne diese diese Trenzern-Kleinung, wenn es der Teile hela an sich auf einer Art von Trenzern-Klein-Klein-Klein-Hebcy, der auf die Strecke handelt wird. Das ist das eine sehr gute Frage. Der Gräfische Design und Typografie ist die Geschichte der Gienrechnik. Das ist die Geschichte von Gienrechnik und der Gienrechnik. Das ist die Geschichte von Gienrechnik. Schmittsiehrein ist, dass es sich die Veränderung des Veränderungsverte, Schmittsiehrein ist ein Teil des Veränderungsverte, so wie man sich das an den Veränderungsverte. Ich glaube, dass es sich in der Mitte von 1970-80er Jahre nach dem Ende des Neues-Weibs-Geräusch war. Das ist die Zeit, die sich in der Mitte des Neues-Weibs-Geräusch war. Schmitt und Schmitt, die sich dann auch wieder zurückkehren. Aber dann habe ich noch einmal die Ruhler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler. Ich bin in der Zeit, die ich glaube, dass es so ist. So hat's an dieser Zeitpunkt der Titel am meisten? Ich habe eine Karte von der Titel in der Titel am besten. Der Titel am besten von Emil Ruder-Werler-Werler-Werler-Werler-Werler. Und das ist auch so, an italien, als auch in der Zeitung, bei der Helmut Schmidt-Schliff aus der Zeitung, Ein Typography Today, die erste an sich, saw in der Zeitung, als Klienter, mit dem Erlich Schatz, mit dem Karl-Gerlstner, mit dem Erlangen, mit dem Erlangen, mit der Zeitung, mit dem Erlangen, und sehr schönes Wettbewerb an den Typhografie und Grafikdesignern. Es war eine sehr künftige Veranstaltung. Ich habe das Gefühl, dass ich die Typhografie und Grafikdesign der Schönheit in den Typhografie und Grafikdesign. Vor 40 Jahren bin ich Helmut Schmidt zum ersten Mal begegnet. In der Bibliothek der HFG Schwäbisch Gmünd, an der ich studiert habe, gab es ein Ideasonderheft, Typography Today. Das war das wichtigste Typografiebuch, was es für mich gab. Es war aber vergriffen und so musste ich mir den Band kopieren. Und mit diesen Kopien habe ich sehr viele Jahre, Jahrzehnte gelebt und gearbeitet. Das war die Begegnung mit dem Autor Helmut Schmidt. Ich wusste noch nichts über den Gestalter Helmut Schmidt. Da kam die erste Begegnung mit dem High Quality Magazin von Rolf Müller. Da sah ich seine Arbeiten, war begeistert und wollte mehr wissen. Helmut Schmidt hatte zwar viel publiziert über Typografie in typografischen Fachpublikationen, aber sein eigenes Werk bewusst zurückgehalten. Das war die erste Begegnung von Rolf Müller. 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 Die erste Begegnung von Rolf Ich glaube, dass ich Helmut als ein Defender der Historie und der historischen Routen und Basiken war, weil er auch sehr open-minded und sehr well-informed war, muss ich sagen. Es wurde auch in seiner 1980-jährigen Publikation, Typographie Today, wo er, zu meiner Überraschung, alle meine Heroen erzeugt. Ich habe diese Publikation in 1982, als ich mit Wim Krauel in Amsterdam gearbeitet habe, der auch mit seinem neuen Alphabet in dieser Publikation war, als auch Ruder, Wolfgang Weingart, Karl Gerstner, auch ein Studenten Basel, aber auch Hans Rudolf Lutz. Ich glaube, es war eine Familie, oder viele Siblinge aus der gleichen Familie, die in ihrer eigenen eigenen Art und Weise, innerhalb von Helmut, innerhalb der Ruder-Philosophie, und zum Beispiel auch bereits in der Tatort in der Tatort, und ich glaube, das ist die Testimonie, die Helmut mit uns gefordert. Und ich werde weiterführen. Wenn ich die Idee in der Tatort, hat diese Titel-Philosophie, die Titel-Philosophie, für die Titel-Philosophie, in der Tatort in der Tatort, Das war ein Jahr. Das war ein Jahr, von 1980. Ich habe das erste Jahr, von 1999. Ich habe das erste Jahr, von 1999. Ich habe das erste Jahr, von 1990. Und das war eigentlich immer mit dem Kammel und der Kammel. Und dann ist das, dass ich mich auch immer ein Kammel war, und dann ist das, was ich auch mit dem Kammel. Das war eigentlich so, dass ich mich nicht mehr so entschuldigt habe. Das macht man so, wie es die Leute hier in der Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel war. Das ist das, was ich so lange. Und ich habe auch noch nie gehört, Das war dann auch so, dass ich jetzt noch ein paar Mal verwendet habe, dass ich jetzt noch ein paar Mal verwendet habe, dass ich jetzt noch ein paar Mal verwendet habe. Das ist eine neue EDITION. Das war das erste Mal, dass ich das erste Mal verwendet habe. Das ist ein Verbrechen, aber damals wurde der Hand geöffnet. Das ist ein Verbrechen, weil er sich so schnell herausgefunden hat. Das ist eine Art von der Hand geöffnet, weil es sich so schnell um die Hand geöffnet hat. Das ist eine Art von dem Korn auf der Hand geöffnet wurde. Das ist eine Art von der Hand geöffnet. Und dann haben wir noch ein paar Pläne mit dem Fekster und dem Kompi-Tutra mit dem Kompi-Tutra mit dem Kompi-Tutra, und dem Kompi-Tutra mit dem Kompi-Tutra, das war das die Geschichte. Daher habe ich die Geschichte von Kompi-Tutra mit dem Kompi-Tutra mit dem Kompi-Tutra mit dem Kompi-Tutra. Yo-fenBlock der Jahre 20-20-20-20-2, Ja, das war über 3-2-4. Kompüter der Typograph, DTP- takie wie k Mmmm poner strukturent und rompetenz umf- transcendence als Variant-DTP. Und es gibt auch viele Reiterungen, die immer wieder ganz einfachen Reiterungen zu sehen. Das ist so ein Böhm, wie es ein Böhm war. Die Tyspografie und die Noise-züberschreit war. Aber es war sehr sehr, sehr agressiv und kattigend war. Das war 2000 Jahre in die Zeit, so eine興奮 hat. Das ist so ein Böhm, wie es ein Typografie ist, den ich mir auch noch nicht, Die Rechnung-Konferenz hat sich in der Kanschung. Das ist auch schon wieder ein paar Dinge. Aber ich denke, es ist auch schon wieder eine Rechnung. Da war es schon wieder ein paar Kanschung, aber das ist schon wieder ein paar Kanschung. Das ist schon wieder ein paar Kanschung. Sichtになったのかなという感じで 出たというのがありますね 今日僕に与えられたテーマは Helmut SchmidtさんのBook Design ということなんですけれども 僕がお話しできるのは SchmidtさんのBook Design についての構造とか 空間について その辺りを少しお話しできれば いいかなという風に思っています Das ist heute die Überschendung. Das ist die Führung der Reaktion des Rokken des Rokken. Das wurde von 1985 Jahren auf Helmut Schmidt. Das ist das, was ich möchte, dass es sehr viele Dinge ist. Das heißt, das ist das Grit-System. Das ist das Grit-System. Das ist das Grit-System. Das ist das Grit-System. Der erste Grit-Systems- ocean. Was viele Typen und die HP-Literung zum Teil der Schienenschilden, hat man im Holz ausgedient. Was aber zum Beispiel, was das Grit-Systems- CSI-Systems in der Verkünen. Der erste Grit-Systems wurde mit der Verkünen. be an diese hier Hier ist etwas wie Textikation, mit einer großen Textiliepertin und dem Schleuchte Sprechstark. Was ich hier in eine Art von Schleuchten? Ich habe es ein Teil von Schleuchten. Das ist das jetzt Kommen bei einem Bokformat. Das ist das Kommen von 1 Jahren. Das war das Kommen von 6git und von 10git. Das war auch ein Kommen von 12git. Das war das Kommen von 12git. Das war das Kommen von 6git und mehr von 2git. Das war das Kommen von 20git. Das war damals rechtes Kommen von 2git. 1950-60-70年ぐらいまでの4×8とか6×8のグリッドからすると かなり複雑な、特に二重レイヤーという意味では相当先進的なグリッドだったんですけども それを用いてシミットさんはこの年間を作られていたと それが相当驚くべきことでした それから空間の把握という意味では相当先進的なグリッドだったんですけども それを用いてシミットさんはこの年間を作られていたと それが相当驚くべきことでした それから空間の把握という意味ではこのオーブンの表紙ですね これがどういう構造になっているのかどういう空間になっているのかということを読み解くのに 相当時間がこれもかかったんですけども 紙面全体の、今では紙面全体をフラットなノードで組むということは理解できるんですけども 当時はこの一行単位でレタースペースが違う それはどういう意味があるのか、どういう意図があるのかというのは分からなかったんですけども レタースペースについて自分自身でいろいろ考えていく中で これはフラットな紙面を作ろうとしているなっていうのがだんだん分かるようになってくるんですね こういったあり方も空間の把握という意味では これは当時かなり先進的な空間の提示の仕方だと思います この空間の提示の仕方というのは それ以前の空間の提示の仕方にほとんど見られなかったことで これはこれ以降そういう方向に向かうかというと そういうわけではなくて シュミットさん独自のセンスによる空間の把握ですね というのはレタースペースとか空間調整というのは スタディーあるいは訓練である程度のレベルまでは行くんですけれども それを超えるっていうのはなかなか難しくてですね リズムだとか訓練である程度のレベルまでは その空間の把握っていうのは行くんですけども 一定以上行っちゃうとそれが逆に息苦しさになったりとか 硬さになったりとかつまらなさになったりとか あるいは時には眉間にシワを寄せてスペーシングをするっていう そういう苦悩の姿まで見せてしまうことになってしまうと でもシュミットさんの空間っていうのは そういったことを軽々と乗り越えてしまっている そういうふうに思うわけですね これこそがもうセンスとしか言いようがないというふうに思います そう言ってしまうともともこもないんですけども そうしたセンスというのは シュミットさんが手掛けられた資生堂の 一連のロゴタイプなんかにも活かされているように思います いろんな方が疑問を抱く それぞれの行に違うスペーシングが施されているという そういう点というか謎というか疑問があるんですけど 私個人的には 組んだ時の形の面白さっていうものは ヘルムタンが大事にしてたと思うので それがどうすれば出てくるかという試行錯誤の中で この時間になっていったんじゃないかなというふうに思っています これが普通に組んだ状態のもの それを切り張りして 切り張りの問題ですけど 切り張りしてこの状態 このスペーシングを作り出して これを比べるとやっぱり軽やかにはなっているんじゃないかなと思っています それはヘルムットがよく例えで出す モーツァルトのピアノの調べ ピアノの音だったり そういうものに通ずるんじゃないかなと思っています ご視聴ありがとうございました Wolfgang Weingart erhielt ich 1989 seine Adresse in Osaka und fortan schrieben wir uns Karten und Briefe und schickten Faxnachrichten von Bremen nach Osaka von Osaka nach Bremen über 10 Jahre erzählten wir uns schriftlich was uns bewegt für mein Buch über Elisitzki schrieb mir Helmut einen Brief das heißt er schrieb ihn an Elisitzki CO Victor Malsi zur Geburt unserer Tochter Stella Marie schickte er uns das Buch der Sterne und an unserem Hochzeitstag faxte er uns seine herzlichsten Glückwünsche und in jedem Dezember darauf war Verlass kamen seine Postkarten mit guten Wünschen zum Jahreswechsel Aus meiner Sicht hat Schmitz Gestaltung gewisse Ähnlichkeit mit den Haiku Gedichten sehr reduziert, intelligent, nicht laut, etwas für die Ewigkeit er bringt vieles zum Ausdruck doch lässt er einen viel größeren Spielraum für die Fantasie des Betrachters des Lesers Schmitz freie Arbeiten, Plakate und Neuerskarten sind reinster genutzt für den Verstand und die Augen alles ist sehr dozent viel weiß, nur wenige und nur schnurpellose Schriftarten kaum Farben, keine Dekorationen, einfach zeitlos die Typografie von Helmut Schmidt ist sehr klangvoll in seiner Gestaltung ist nichts überflüssig alles sieht spielerisch leicht aus und wirkt sehr dynamisch in dem ersten Jahr Jahr 2014 Jahr Herr 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 100年の時にルーダーの小さい展覧会 をしようということになったんですね それでポスターになったんですけど こういうポスターになったんですけど こう、折り固むと封筒に入って開くと ... ... ... ... ... ... ... Also, die Art von Dänzen sind so eine Art von Hübschü. Und diese Art von Hübschü, die Dänzen sind. Das ist also ein, das ist, dass hier noch eine Art von Hübschü, wie ich dann noch eine Art von Hübschü. Das ist auch ein, dass hier auch eine Art von Hübschü, also eine Art von Hübschü, und dann ist es ebenso, Er wurde von E. Müller-Ruder, der Schümmel-Württemberg ist. Er wurde von Schümmel-Württemberg. Er wurde von Oka-Bura-Tenshin-Württemberg. Er wurde von einem Postkarten. Er wurde von einem Schümmel. Wir sind ein Stück drin wie in Luda, wo er einen anderen Arche vestriert ist. Unsere erste Begegnung fand am 21. Juni 2018 auf dem Kongress. Typomedia in Mainz statt. Helmut hielt einen Vortrag. Es war in der Pause. Beim Mittagessen wir sprachen über Gott, die Welt und die Typografie. Am 1. September 2000 sollte ich meine Professur an der Fachhochschule Düsseldorf im Fachbereich Design antreten. Ich erzählte Helmut von meinem Plan, ein Ausstellungs- und Buchprojekt über ihn und sein Werk an der Hochschule zu initiieren. Zusammen mit meinen Kollegen und Freund Philipp Teufel und Studierenden. Am nächsten Tag, er war noch in Mainz, faxte er mir eine Nachricht. Victor, danke. Es war echt schön, dich kennenzulernen und deine Ideen zu hören. Gerade ist besser als gebogen. Bis auf Weiteres. Tartography Today sende ich dir, sobald ich wieder in Japan bin. Mein Name ist guter. Am 40 Jahren war das Feindler, was ich bin in Japan von der Wurzst, so auch im Auftrag. Warum ist es auch aber auch im Auftrag. Er ist ein Art Director, aber ich glaube, dass ich jeden von einem Heldig war, aber ich glaube, dass ich mich auch immer noch mit dem Foto war. Aber ich glaube, dass ich mich immer noch an der Heldig ist. Aber ich glaube, dass sie sich mit dem Heldig und der Heldig ist, und ich habe mir das erste Blatt gemacht. Die haben meine Bewerbungen zum Ende des Bewerbungen. So habe ich 30-mal geklashing und damit eine Starbischung für das Rieign für die ZD5. Utilizei- und ich habe es mir来, wo ich es mir jetzt gemacht habe, Dann hat ich mir eine Schwauchung in december gesagt, wie es mir jetzt im Kabenkari Korya-Spak hat, ich k Physikerin Lucky. Ich habe die ZD5-Modus geklärt, da habe ich ich in der ZD5-Modelle mit dem 먹고, zum Beispiel des Mordschung hecht. Das ist mir nur ein paar BG-Modelle zum Bestellens angeschaut, Und das war die Variation, und das war ein bisschen was er. Das war jetzt nicht so ein bisschen, aber es ist, dass ich jetzt hier ist, dass ich jetzt hier nicht so viel gesehen habe. Und dann habe ich das, dass es, die Zeit, die in der Zeitung des Designs ist. Das ist ein Sub-Copy, das ist ein Sub-Copy, der ich in der Zeitung habe. Und das ist das, dass es das, die in der Zeitung des Designs ist. Das ist eine gute Frage. Das war der erste Kaffee. Ich habe mir das auch immer nur noch einen Kaffee-Sie, aber ich habe ja auch noch ein Kind. Ich habe ja auch noch einen Kaffee-Sie, weil ich habe ja auch noch einen Kaffee-Sie con den ersten Kaffee-Sie. Ich habe mir auch schon ein bisschen aufgelistet. Ich habe dann auch noch die Bilder, die ich mir noch nicht so aufgelistet habe, oder die Fotografie, die ich mir noch nicht so aufgelistet habe. Das war dann auch noch, dass ich mich sehr aufgelistet habe, Aber hier gibt es keine 특zische Überschritte. Die Überschritte sind die Folgen der Überschritte. Ich habe dann auch die Folgen auf die Folgen auf dem Fortschritte gebraucht. Ich habe dann auch die Folgen auf die Folgen auf den Fortschritte. Aber ich habe dann auch das Gefühl, dass ich das für dich. Das ist mir da, dass ich das für dich, dass ich das für dich. was ich gesagt, dass ich mich nicht so geschaut habe, weil ich keine Lust mehr ist. Ich glaube, dass ich das nicht so schaue, was ich mich nicht so schaue, wie ich mir vorhin habe, ich mich nicht so schaue, aber ich habe die Frage, Ich glaube, dass ich es nicht mehr so etwas vor, aber ich fühle mich so etwas, zu eröffnen, aber ich denke, das ist ein Problem. Wir sind nicht so wichtig, dass ich mich nicht mehr so fühlen konnte. Aber ich glaube, es ist das eine gute Idee. Ich habe die Einführung von Hauptsitz. Sie haben die Aufmerksamkeit und die Heldin. Ich habe die Aufmerksamkeit, die ich mir anbieten, um zu machen, zu stellen. Der wurde die ersten Heldin gemacht und die aus der Erspannung zu ermutigen, die ich habe. und die Hörmuthen in der Zeit, die sich in der Zeit verwendet hat. Im Jahr 2016, der Hörmuthen ist die Hörmuthen in Japan, und die Hörmuthen in der Nachamut International Agency, in der Zeit, die Hörmuthen in der Hörmuthen in der Zeit, Das ist die Geschichte von Idea 78. Das ist die Geschichte von Helmut in Japan. Das ist die Geschichte von Idea-Hiroshi-Hiroshi. Also, musste die Lachen. Der Geschichte von Helmut Schmidt Norge aufzupassen wurde, mit dem Schümmelt Erugnis. Das Schümmel hat sich von Emile-Luder im Karten, und so haben wir hier die Typo-Graphy gelernt. Das ist ein Buch der 3-Kreik-Graphy, und das ist ein Buch der 3-Kreik-Graphy-Graphy. Das ist ein Buch der Typo-Graphy, und die 3-Kreik-Graphy-Graphy, eine 3-Kreik-Graphy-Graphy-Graphy. Wenn du Helmut Schmidt mit einem, berge Kan vara mit 2,0,5-Kreik-Graphy, und der Hörst du quasi ist, als man hat es sich verändert. Das ist was Millionen der Teichen des Handel-Graphy. Ich würde mich daran wissen, dass man einen typologen Molly-Graphy-Graphy und die Zeit die 20-Kreik-Graphy im Verpacken. Das heißt, man hat es geschafft, zu tun. Wir sind so viele Jahre alt und die Gute sind. Die Gute werden wir mit einem Tamaten. Die Kamen auf den Tieren und die Gute gehen können. Diese propia Brücke hat es und es ist das Kuchen. Das ist eine der Besten Einheit, wenn es durchschnittlich vorhanden ist. Das ist die Berliner Umfeld-Auslehner. Es ist nicht nur eine gute Mitte, uns zum Beispiel mit dem Sinne, dass man sich schon mit dem Tierenkonten und und ich glaube, es war ein wunderbarer Designer. der Weg nach Basel, der Weg nach Basel war. Ich denke, es war eher ein Weg nach Ruder, denn Basel war dann nicht nur für typografie, so du wählst für Ruder und folgst ihn. Ich würde sagen, Helmut ist der wahrer Defender und Follower und auch Renewer von Ruder's Philosophie, die auch in Helmuths ikonischen Publikation Ruder Typografie, Ruder Philosophie, die wir vor ein paar Jahren wieder zurückpublierten. Was ich an der Gestaltung von Helmut Schmitt schätze, sind sein Minimalismus und wie er nur mit den, auf das wesentliche reduzierten Mittel Musik für die Augen kompagniert. Es ist erstaunlich. Es sind auch seine visuelle Kompromisslösigkeit und die Treue zur reinen und modernen Typografie, im Sinne von Emil Huber, die er aber weiterentwickelte und verfeinerte. Es ging Helmut nicht um Mode oder aktuelle Trends. Er erlebte und arbeitte irgendwo parallel zum Mainstream. Ich denke, bei seiner Gestaltung ging es nicht nur um Formen und Gegenformen, bedruckt und unbedruckt, wie bei Emil Roder und Adrian Frunthiger. Bei der Gestaltung von Helmut ging es wirklich um den weißen Raum, um die weiße Fläche, die durch Typografie aktiviert werden. In seiner visuellen Musik, seinen typografischen Kombinationen, waren nicht die Pausen wichtig, sondern die Stille und die Ruhe, die durch die typografischen Töne erlebbar erfahrbar werden. Viele seiner Arbeiten zeigen es ganz deutlich, z.B. das Buch der Weg nach Basel, seine Broschuren, typografische Reflexionen, seine Plakate und Postkarten und die zahlreiche Logos, wie z.B. UV für Shiseido Cosmetics. Typografische Gestalterinnen und der typografische Nachwuchs in Deutschland, in Europa, kannten Emil Roder, Wolfgang Weingart, Hans Rudolf Lutz. Helmut Schmid war für viele ein unbeschriebenes Glatt. Selbst Karl Gerstner verwechselte ihn beim ersten Kennenlernen auf dem Briefweg mit seinem ehemaligen Mitarbeiter in Basel, Helmut Schmidt-Rehlen. Helmut war für viele Kolleginnen und Kollegen ein bekannter Unbekannter. Mit unserem Hochschulprojekt wollten wir das ändern. Im Jahr 2000 beschlossen Viktor Malsey, mein Freund und Kollege und ich, an der Hochschule ein Forschungsprojekt zu Helmut Schmidt einzurichten. 2001, vor 20 Jahren, begegnete ich zum ersten Mal Helmut Schmidt in Osaka und fragte ihn, ob wir dieses Projekt über ihn machen können. Er war am Anfang unsicher, skeptisch, ob wir die richtigen Partner für so ein Projekt sind, aber wir konnten ihn mit viel Einsatz und Engagement überzeugen. 2003 starteten wir unser Forschungsprojekt unter dem Titel Schmidt Today. Gestaltung ist Haltung in Anspielung an Helmuts Buch Typography Today. Wir schickten Studenten nach Osaka, die sein Werk sichteten, die es archivierten, katalogisierten, einscannten und damit erstmal für uns ein Forschungsergebnis darstellten. Insgesamt forschten in den Jahren 2002 bis 2006 60 Studierende nach typografischen Arbeiten und Artikeln von ihm. Sie schrieben Helmut Postkarten, interviewten ihn und seine Studienkollegen und Freunde. Sie forschten im Internet, in Bibliotheken, in Antiquariaten und im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Die Ergebnisse unserer Forschungstätigkeit mündeten dann in dem Format Ausstellung, Buch und digitales Archiv. Wir haben eine Ausstellung entwickelt, die leicht zu transportieren und immer wieder neu zu arrangieren war. Das Hängesystem erlaubte es uns, gedruckte Fahnen, aber auch Originale zu präsentieren. An jeder Ausstellungsstation gab es Partner, die diese Ausstellung mit eigenen Beiträgen bereicherten, ergänzten, unterstützen. Hat Wolfgang Weingart mit Plakaten, die er aus dem Archiv des Gewerbemuseums zusammengestellt hat, die aus der Zeit stammten, an der Helmut und Wolfgang in Basel studiert haben, einen wunderbaren Kontext, einen zeitlichen Kontext geschaffen. Fjodor Gekko ist von Anbeginn dabei. Er wurde zum unermöglichen Forscher, zum hartnäckigen und eifrigen Forscher in Sachen Helmut Schmid. Fjodor konzipierte und gestaltete das Buch Helmut Schmid, Gestaltung ist Haltung. In den Jahren 2006 bis 2009 war die Ausstellung Helmut Schmid, Gestaltung ist Haltung in Seoul, Osaka, Tokio, Basel, Düsseldorf, Sofia und Singapur zu sehen. Für Orientierung und Aufmerksamkeit an den jeweiligen Ausstellungsorten und als Autogrammkarte sorgte ein von Jens Müller entworfener Bierdeckel mit Helmuts Porträt. Kampai, Helmut! Helmut Schmidts Gestaltung habe ich als Student 2003 kennengelernt. Damals haben Viktor Malse und Philipp Teufel das Forschungsprojekt Schmidt Today an der Fachhochschule Düsseldorf gestartet. Ich war von Anfang an dabei. Später haben wir uns persönlich kennengelernt und ich machte meine Diplomarbeit über die Gestaltung von Helmut Schmid. Es war das Buch Design is Attitude, das 2006 im Birkhäuser Verlag publiziert wurde. An der Gestaltung von Helmut Schmid haben mich ihre zeitlose und moderne Schönheit und die Reduktion auf das Wesentliche fasziniert. Er bringt alles auf den Punkt und dabei laut zu sein. Es war eine neue und wegweisende Erfahrung für mich. Die Arbeit an dem Buch war eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Helmut und seinem Werk. Es war ganz wichtig die Typografie von seinen Arbeiten nicht zu übertonnen. Bei der Gestaltung des Buches ließ er mehr freie Hand. Trotzdem war er immer präsent in der Nähe und wusste ganz genau was dabei entsteht. Helmut gab neue Ideen für einige Seiten, zeigte und bekannte Arbeiten und erzählte spannende Geschichten zum Entstehungsprozess. Und wiederum wurden einzelne Doppelseiten geändert oder gestrichen. Auch der Umschlag wurde geändert. Hier möchte ich zeigen, das sind die zwei Bücher, die da entstanden sind. Eins davon ist die Diplomarbeit und eins davon das, was publiziert wurde. Durch die Ausstellung, aber natürlich auch durch das Buch, haben eine Vielzahl von Designern und Studierenden das Werk und aber auch die Denkweise von Helmut und seine Arbeitsweise kennen und schätzen gelernt. Er hat und wird weiterhin zahlreiche Generationen von Gestaltern beeinflussen. Sein Werk lebt weiter. Helmut hat einmal gesagt, Ruder ist meine Heimat. Für mich ist Helmut Schmid ein Stück meiner Heimat geworden. Für mich ist Helmut Schmid ein Stück. 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 Dann bin ich erstaunt. Dann bin ich erstaunt und vermittelt. Ich werde die Daten von Niguri öffnen. Ich habe einen zweiten Mal über die Niveau-Sprung geöffnet und habe ich einen einigen zu sprechen, als ich in der Zeit habe, dass ich in der Zeit, dass ich in der Zeit, dass ich in der Zeit, ich habe in der Zeit, dass ich in der Zeit, dass ich in der Zeit, dass ich in der Zeit, Ich habe den ersten Mal versucht, die Möglichkeit, die Hinten zu machen, und ich habe den ersten Mal versucht, die Hinten zu machen. Das ist ein Problem, aber Wir sind mit der Heldung und der Heldung und der Heldung. Und das ist eine Helm-Tock-Kan-Schuhe. Natürlich hat man den ersten Teil gezeigt. Das war sehr großartig. Das war so, dass ich mich安心 hat, und ich habe es geschafft, zu machen. Das ist das, was ich gemacht habe. Schmitt der Typografie Today oder Verzell-Mitsch Die von Schmitt und Verzell-Mitsch und ich habe Verzell-Mitsch und ich habe in Berlin-Mitsch 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 例えば Helmut Schmitt Typografie みたいなものを作るな というふうにちょっと怒られるわけですね それはもちろん理由があって 僕は Schmittではないし そうはなれないので 要するに自分の個性みたいなものを知って やりなさいよっていうことだったと思います で、入学して帰ってきたときに なかなか最初は大変なわけですよね 同時に Schmittとだんだん親しくなって そうすると自分の中でも 幽霊動くところがあったりするわけですね ある種板挟みっていうか どっちだろうっていう それって大抵みんなそうじゃないかと思うんですよね こう 実際の仕事という場合には そんな純粋にいかないと だけども 一方で シュミット的っていうんですかね シュミットの小デザインやあり方みたいなもの でもね ある種 憧れみたいなものもあったりすると だからそういう 灯台のようなっていうか 非常にこう 理想的な道筋みたいなものを作ってくれたっていう そういう気がします あるとき手紙をもらって その手紙にはクライアントがいなくても ずっと作ってないと ダメだと いうようなことが書いてあったんですね それも時々思い出します で、今回のシュミット展が実現して こうして全体を見ると なるほどなって思うわけですね この人の場合は クライアントがそんなにいなくても ずっと作っていただくだろうし 発信していたと 本人も言ってますけど 継続して 続けるっていうことですね それは例えば小さいことかもしれないですけど 例えば年賀状だったら 1950年代後半60年代から 村が亡くなるまで ずっと途絶えることなく 作っていると そうして今こうして並べると 全体として それでその 時代時代でのシュミットの思考みたいなものが こう 表されていると 展示タイトルに あるように 継続っていうんですかね そしていろいろ 試すこと そうしていくことで トライトライトライっていうことが 一つ残された メッセージ じゃないかなって 思ってます ヘルムートが好んで話したエピソードに クルト・ハウエルトの授業の思い出があります レタリングの授業で文字を書いていて ハウエルトに まだ響いてないねと言われるという話です ルーダーの授業では デザインする素材を紙の上に並べて 動かしてみて そうすることの面白さに目覚めたと思います それが響くまであれこれやってみる ヘルムートは基本ずっとその方法で ものを作っていたと思います 70年代のSPDのポスターを 制作している写真がありますが そこでも同じように 切って並べて じっと見ている様子が残っています それはクライアントワーク プライベートワーク問わずでした そしてデザインが自然であるべき ということもよく言っていました いつもその自然な形を導き出そうとする立ち位置は 変わらなかったと思います ただ何をもって自然とするか ということは 人それぞれ違うかもしれません 自分にとっての自然を見つけろよ ということでしょうか それは作り続けていないと どう見えてこないのかなと シミットさんと会った 終わり頃の結果的には 終わり頃なんですけども タイポグラフィーやデザインにとって 本当に良いものっていうのはそんなないだろうと そう思わないか そうでしょっていうことを結構言われて 本当に自分にとって大切なもの 良いと思えるものが どういうものなのか というのを改めて考えなきゃいけないな ということを 最後の言葉として シミットさんから受け取ったものでした どういうふうに思い出したいのか どういうふうに思い出したいのか そう思い出したいのか 今の本当は今の質疑終わり としても 今の思い出していないです 私は今の質疑になった とは今の大切なのか 隣に関すると そう思い出したいのか そんの公式というのは というか Vielen Dank.